Mein Name ist Frank Hoffmann. Ich bin bei Amprion in der Nachrichtentechnik. Heute machen wir unsere Höhenrettungsübung am Richtfunkturm in Mutterstadt. Wir sind mit den einzelnen Kollegen aus dem Nord-, Mitte- und Südbereich der Nachrichtentechnik hier zusammen, die klettern und üben im Prinzip ein Verunfalten mit dem Höhenrettungsgerät zu bergen. Wir werden unterstützt von einem Dienstleister. Die einzelnen verschiedenen Varianten in unserem Rettungskonzept werden hier trainiert, das heißt Kollegen gegebenenfalls angehoben, über Barriere und darüber weggebracht und dann anschließend so weit runtergebracht, damit bei einem Notfall Rettungskräfte am Fuß des Masters dann die Kollegen weiter versorgen können. Donnerstag. Untertitelung. BR 2018 Die Linke von Philippemisch Untertitelung des ZDF, 2020